ich denke mal wir werden noch rauskriegen werden noch wo muss ich jetzt lang da wahrscheinlich es ist ja recht linear obwohl wo bin ich gekommen von hier bin ich gekommen also noch da was lauf auf den rand zu und drücke springen haben zu sprechen ja okay das ist ja heißt das jetzt da unten war so ein schreien oder sowas dass wir da hinkommen müssen die sanduhr was ich verstand nicht die bedeutung dessen was ich sah aber ich wusste mit sicherheit hatten diese kreaturen einen meister der mann der mich dazu brachte die sanduhr zu öffnen hatte seinen willen und aus irgendeinem unbekannten grund begehrte er den dolch und würde nichts unversucht lassen ihn zu besitzen nun ich wollte ihm geben was er begehrte und den dolch in seinem verräterischen herz versenken okay damit wissen wir dann jetzt wohl was unsere aufgabe ist ab darüber hier wieder rein okay auch bitte da ist eine sandwolke es sind hier mehrere sandwolken wie komme ich hin setzte question so von da sind wir jetzt gekommen von da haben wir auch die vision schon mal gehabt hätte ich darüber springen müssen die frage oh verdammt so ach alter die kamera die kamera so ähm ne da hätte ich nicht rüber springen können es sei denn ich kann mich hier irgendwo runterfallen lassen ne dann gehen wir halt wieder da so gut ich muss also hier irgendwie irgendwie darüber kann ich mich irgendwo dranhängen kann ich so was mehr sehen runterfallen lassen glaube ich wohl eher nicht da hinten wären stangen ich meine hier ist ja auch eine stange ah ne springe ich jetzt zu der zu der da rechts wahrscheinlich nicht oder äh warte ich hab doch es könnte könnte klappen oder ja okay so bin ich jetzt über der plattform da oder kann ich da an die wand ich kann da an die wand okay und jetzt und jetzt da an die stange springen ich hätte gerne einen quick save nein das war falsch hm aber ähm aber ähm wo lang ich kann ne ne da wieder hoch kann ich nicht ich kann doch niemals von von hier aus da an die stange springen das klappt doch im leben nicht ich hätte aber ah hier hätte ich mich runterfallen lassen können wahrscheinlich nein nein auch falsch hm what ja das geht auch nicht das war so klar was warum springt er denn wieder ich habe ihm nicht gesagt er soll noch mal springen nein nein das ist auch nicht passiert noch mal von vorn ja okay noch mal von vorn auch wieder von hier beziehungsweise wieder von hier ist gut von wo bin ich denn da jetzt sie sind auf jeden fall verschiedene sandwolken auf verschiedenen ebenen und da soll ich anscheinend auch hin also der sandwolke komme ich von der plattform aber wie komme ich zu der plattform ja die an ihm sagt das kennen wir doch schon bitte ja gut da müssen wir durch ja du verstehst nicht was du da siehst aber erzählt es nicht okay dann erzählt das halt nicht noch mal ach man nein so nicht so genau ok wie kommen wir denn darunter also das wissen wir sollen hier hoch dann sollen wir noch da dann sollen wir noch da hätte ich mich darunter fallen lassen können ich probiere das jetzt mal ich gehe hier einfach mal runter nee das ist zu tief okay das ist zu tief also dahin bisschen höher dahin dahin und darunter dann sind wir hier frage wofür ach 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 so nicht fallen lassen war wer sagt denn was von fallen lassen runterrutschen solltest du okay an denen kann ich in deutsch entscheidend nicht aufladen aber hier ist ja ein würkchen fällt das auf ja gut so viel dann dazu jetzt an die da dran springen oder was wahrscheinlich alter so runter fallen lassen wissen wir ist ungesund dahin springen höher einmal rum und und einmal rum und und wieder runter sehr schön kannst du hier hochklettern wenn ja wofür was habe ich davon ach so ok ich möchte aber erst noch mal gucken ob hier auch irgendwas ist ne ist nix glaube ich das wäre wirklich das richtige gewesen ok alter ok dann also und zur nächsten stange und poppa und poppa auch könnten wir wieder klettern aber ich will darüber da kann man bestimmt rüber springen jawohl und nix gut ich würde sagen hier hoch hopp hopp ähm da fehlt aber ein äckchen das wird wohl etwas schwierig sind das da vorsprünge an die ich dran kann ja ja würde sie den deutsch macht behälter zielen und loslassen zurückspulen r für zeitlupe oder drücke auf deutsch verwenden e für was das war zu kurz E für was denn? Hm. So, kann ich jetzt hier über die Ketten, oder was? Achso, nee, da oben sind Stangen. Hoffentlich kriegen wir das nochmal eingeblendet. Weil ich konnte das leider wirklich nicht zu Ende lesen. Hab. E, um Gegner einzufrieren. Okay. Hm. Was hab ich jetzt hiervon, dass ich hier bin? Äh. Ja. Häng dich mal da dran. Vielleicht sehe ich dann irgendwas. Nee, also runter ist immer noch zu tief. Aber da unten war doch auch ein Sandding, oder nicht? Vor allem ist da unten dieser Schrein, der uns gezeigt wurde. Hm. Das heißt, ich müsste hier an diese Säule hoppen. Alter. Was? Nee, also aus der Sicht aber nicht. So? Ja. Och. Da kriegt ja direkt einer angewackelt. Au, ja, genau. Alter, alter. Warte. So nett, Freunde. So nett. So. 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 Warte mal, ich will hinter dich. So. Ähm, ja. Komm, komm, komm. So. Okay, einer weniger. Und der weniger. Und liegt der andere noch? Liegt der andere noch? Jawohl. Ah, nee, er steht gerade wieder auf. So, weg mit euch. Was? Och, da kommt noch was. Alter. Alter. Das war der Dolch der Zeit. Ich begann zu verstehen, warum der Visier ihn unbedingt besitzt. Au, au, au. Alter. Das mit dem Einfrieren habe ich aber noch nicht hingekriegt. Stattdessen hat er nur noch was erzählt. Es war der Dolch der Zeit. Alter. 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 Das ist vom Prinzip her einfach, aber hard to master, würde ich sagen. Wie weit kann ich denn zurück, dass ich noch ein vernünftiges Leben habe? Okay, auch da könnte noch eine Trulla. Okay, ich würde mich gerne mal heilen, das wäre epic. Alter, vor allem, weil ich das Einfrieren irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Das war doch eh, ne? Stammt doch eh für Einfrieren. Kriege ich mal eine Kamera, mit der ich was anfangen kann? Ja. Ich kann das auch gar nicht gleichzeitig lesen, muss ich ganz klar sagen. Komm, steh auf, ich bin am Rückspulen. So hat es nicht geendet, es springt gerade erst an. Ach so, na dann.